Sie wurden vom Deutschen Hochschulverband zur Wissenschaftsministerin des Jahres gekürt. Was bedeutet der Titel für Sie? Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass es zum ersten Mal, dass dieser Titel nach Baden-Württemberg ging. Das ist für eine grüne Wissenschaftsministerin zum ersten Mal, dass dieser Titel errungen wurde. Und zunächst einmal freut es mich sehr, weil es ein großer Vertrauensbeweis ist unserer Professorinnen und Professoren. Denn diese wählen ja aus, diese geben diese Rückmeldung und diese Benotung. Und dass ich eine solch gute Benotung erfahren habe, freut mich. Wenn Sie auf Ihre ersten knapp zwei Jahre als Wissenschaftsministerin zurückblicken, welche Wegmarken sind Ihnen besonders wichtig? In den ersten zwei Jahren haben wir ja schon einiges erfolgreich auf den Weg gebracht. Wir haben erstens die Studiengebühren abgeschafft und zum gleichen Zeitpunkt in vollem Umfang die weggefallenen Einnahmen für die Hochschulen kompensiert. Und das ist einzigartig in Baden-Württemberg im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Wir haben diese Kompensation dynamisch gestaltet. Also mit steigenden Studierendenzahlen erhöht sich auch die Summe der Kompensationszahlung, sodass die Hochschulen wirklich von uns nicht im Regen stehen gelassen wurden, sondern sich darauf verlassen konnten, die Abschaffung von Gebühren wird nicht erkauft durch Einbußen bei der Qualität. Und zweite wichtige Wegemarke war die Wiedereinführung der verfassten Studierendenschaft, mit der wir sozusagen den Ausnahmezustand von fast vier Jahrzehnten abgeschafft haben und den Studierenden wieder eine organisierte Stimme in den Hochschulen verschafft haben, sodass sie sich in der begrenzten Zeit, in der sie sich an den Hochschulen ja auch nur aufhalten, auch wirkungsvoll und effektiv einbringen können. Welche Schwerpunkte wollen Sie in den nächsten Jahren setzen? In den nächsten Jahren verstetigen wir den Ausbau der Studienplätze im Bachelor-Bereich, aber wir schaffen auch verstärkt neue Studienplätze im Master-Bereich, denn auch das gehört zu guten Studienbedingungen dazu, dass der Bachelor nicht zur Sackgasse wird. Auch da gehen wir in Baden-Württemberg voraus und anderen Bundesländern voran mit dem verstärkten Ausbau der Masterstudienplätze. Weitere wichtige Baustellen sind die Sicherung der Hochschulfinanzierung in einer gemeinsamen Anstrengung von Bund und Ländern, die Anschlussfinanzierung für die Exzellenzinitiative und die weitere Forschungsförderung für unsere Hochschulen. Ihr Ministerium ist ja für die Bereiche Wissenschaft, Forschung und Kunst verantwortlich. Was macht den Reiz dieser Verbindung aus? Wissenschaft und Kunst leben gemeinsam davon, Kreativität und Klugheit in unseren Köpfen zu vermehren. In einem Land wie Baden-Württemberg, in dem wir nicht von Rohstoffen zehren können, sondern müssen wir darauf setzen, dass die Klugheit in den Köpfen vergrößert wird. Deswegen brauchen wir kreative Köpfe, die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, Neues zu denken, Neues zu erfinden. Wissenschaft und Kunst leben davon, dass sie in Freiheit am besten gedeihen und die Menschen zu diesen kreativen Leistungen bringen. Und deswegen ist es gut, dass Kunst und Wissenschaft in einem Ministerium zusammengeführt werden und eben diese Freiheitsräume der Gesellschaft vorangebracht werden.